Hallihallo meine lieben Ritter! Herzlich Willkommen hier zurück bei Darksiders. Wir kommen dem dicken Wurm immer näher und ich meine zu behaupten, dass das jetzt langsam mal hier sein Ende nehmen müsste. Dieser lange Weg durch die Wüste. Gerade sind mir ein paar Schurken begegnet, deren Anführer nicht besonders stark war. Ein bisschen peinlich für den Anführer. Gut. Jetzt sind wir hier ganz oben irgendwo. Der eine ist weg. Ei, 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 ei. Da unten ist der riesige Wurm. Dem wir in seinem Zustand jetzt, so wie er jetzt ist, äh, lieber nicht begegnen sollten. Her. Auf alle her. Oh, den hat es gleich so zollig. Ah, bleibst du hier oben? So, hier ist unser nächstes Ziel. Aha. Diese Reaktions, äh, Zeit möchte ich auch mal haben. Huch, huch, huch. Jetzt habe ich mich verlaufen. So, hier lang. So, doofe Wurm. Ach, Welch. Das Kleingetier ist auch wieder hier. So, jetzt geht's wieder ganz weit nach unten. So, ich sehe hier schon irgendeinen Gegner. Oh, der ist hier direkt vor der Haustür. Okay. 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 Jetzt haben wir hier verschiedene Plattformen, auf die wir sowieso nicht drauf können. Ähm. Oder kann der da nicht lang? Kann der dann... Kann ja unter die Dinger, kann der nicht, was? Ah, die sind aus Holz. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ah, ich kann auch nicht schnell... Okay. Okay. Oh Gott. Ich bin jetzt richtig tot? Puh, gekappt. Okay, was ich hier mal machen werde, ist mal schnell speichern. Falls wir wirklich jetzt hier mal aus Versehen irgendwas drücken, was uns zum Titelbildschirm zurückbringt, dann könnte ich nämlich ziemlich vieles nochmal machen. Okay. Okay. Haben wir dann hier irgendwo so einen Zeitverlangsamer Chronomat? So. Wie komme ich jetzt von hier aus nach da drüben? Was? Das geht doch gar nicht, oder? Selbst wenn er da hinten ist. Nee. Okay Ja, das haben wir jetzt gesehen So Kann ich die angreifen? Das stört den nicht Okay Ich muss doch irgendwie Darüber Dahin, dann ist es zu weit Hier drüben gibt es nichts Ich kann doch die Zeit nicht anhalten Hmm Komm, 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 komm Ah Okay Gut Dann musst du ja doch sehr weit weg sein Dann, oder? Ach Ach du Scheiße, ey Jetzt da rüber Oder? Ja, ja Da ist keine Zuflucht Oder sind da Ne, das ist bloß Schatten Das ist ja da Wo ist er dann da mal am besten Wenn ich da hin will Ach, der ist so lang, ey Der kommt ja sofort hier Zurück Ich muss das jetzt hier ohne dieses Zeit Chrono-Dingens machen Also, solange ich fliege Zählt das noch nicht, ne? Oh, 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 oh So, okay So Das ist mir zu nah Ich lass ihn dann mal da rum Fleuchen und kreuchen Nein Nicht stehen bleiben Ah So Okay Okay So Und jetzt muss ich noch Da hin Oh Gott Das sieht immer so weit aus Wo ist er denn jetzt? Da vorne Ah, der ist gleich wieder hier, ne? Oh Gott, oh Gott Geh weg Geh weg, du Biest Wo ist er denn jetzt? Hier Oh Nein 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 nein... ...okay, okay. Jetzt muss noch irgendwie drüber kommen. Ach du Scheiße. Schnell. 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 Ja, ja. Oh, ey, geschafft. Boah, aber gerade so, ey. Boah. Boah. Himmel, Herrgott, nochmal. Das war jetzt so richtig krass. Puh. So, alle meinten mir. So. Alle warten auf ihren Finisher. Oh, und den hat's gleich gesäbelt. So. Läuft der mir rein? Ah, jetzt haben wir wieder so'n Dicken hier. Ich bin noch schon da. Boah. Hey, ey, 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 ey. Bleibt mal ganz cool hier. Wuh, wuh, Hilfe. Okay, den hier kann ich kaputt machen. So, und dich hier. Ey, hallo. Ja, das darfst du. Gut. Haben wir das geschafft? Hier ist ein bisschen Leben. Sehr schön. Ich finde es gut, dass das mal alles gleich aufgefüllt wird. Finde ich gut. So, hier ist eine Knarre. Das hier sieht noch mal Bombe aus, oder? Ne? Sieht nur so aus. Okay. Sieht aber wirklich so aus. Komm runter, da. Hilfe. Ah, ah, Hilfe. Ah, ist ja mal gut hier. Okay, das war jetzt etwas verschwindet. Mist. 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 Ah, die explodieren aber doch. Hallo? Okay. Okay, das scheint dem gar nichts zu machen. War hier nicht eine Kiste. Habe ich nicht beim runterfallen eine gesehen? Habe ich nicht beim runterfallen eine gesehen? Alter. Alter. Ach, ist ja gut. Ihr habt es aber auch nicht kapiert, oder? So, einer ist runtergeknallt. Alter, mal hart an der Kante. Jawoll. Ah. Frakturkanone. Schießgezackte Splitter, die durchsucht Oberflächen bohren und detonieren, wenn sie aufgelöst werden, ausgelöst. Drücken sie RT, um einen Splitter zu schießen, und drücken sie LT, um ihn zetonieren zu lassen. So. So. Das ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt hier irgendwelche rote Wände sind, dann könnte ich das benutzen. Das sind hier irgendwelche rote Wände. Das sind hier irgendwelche rote Wände. Haben wir noch einen? Ja, da hinten. So, huch, jetzt bin ich irgendwo weggeschüttelt worden. Alter, mich schießt hier irgendjemand von hinten an, oder? Ach, da oben ist schon wieder einer. So, ach, der war noch am Leben, okay. So, dann müssen wir aber auf die herkömmliche Art und Weise hier machen. Werden wir jetzt hier zu viele? So, und da drüben ist da noch so ein Vogel, oder? Genau. Ach so, das ist jetzt an der Kiste hier dran, ne? So. 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 So, besiege ich dich mal mit deinen eigenen Waffen. So. Ist dann das zu fassen. So, nun möchte ich aber gerne hier die Lebenskiste noch mitnehmen. Okay. Ist dann immer nur noch eine. So tal das zu fassen. Anhalfter kann ich mir jetzt auf dem Weguk ?! aber auch kein Ende hier. So, jetzt aber. Jetzt muss doch mal gut sein hier. Ist doch nicht zu fassen. Das sind ja immer noch welche. Ich bin ein bisschen in Ende. Alter, ist doch mal gut hier. Meine Güte, ey. Ja, 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 ja. Hup. So, und der Nächste. Heile Fresse, ey. Noch mehr? Naja. 20 Minuten haben wir hier jetzt schon rumgeballert. Jetzt ist aber langsam mal genug. Oder auch nicht. Ah ja. Was ist das? Okay, wie muss ich das jetzt machen? Wow. Was ist das? Hä? Was musst du denn machen? Trifft mich halt nicht. Was ist jetzt hier irgendwas? Aha. Oh Gott. Ich muss mich mit dem auch noch rumschlagen hier. Ignorieren wir erstmal den Reiter. Au. Im Kreis, genau. Genau. Darunter. Huch. Ist er tot? Ist er tot? Okay, er ist tot. Ich muss mal schnell Pause machen, denn wir müssen mal ganz schnell Folgenpause machen auch. Genau, Folgenpause. Sonst wird mir nicht die Folge zu lang. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.